Hi, im heutigen Filmora Tutorial zeige ich euch, wie ihr mit Hilfe der künstlichen Intelligenz eure ganz individuelle Musik erstellt und diese dann noch von der KI so unterteilen lassen könnt, dass ihr eure Videos super einfach zum Beat schneiden könnt. Das ist zum Beispiel super praktisch, wenn ihr einen kurzen Trailer erstellt, so wie wir das nun gemeinsam miteinander machen werden. Also, lass uns gleich damit anfangen. Gut, heute möchte ich mal komplett von vorne beginnen und zwar beginne ich jetzt als erstes mal mit dem Importieren meiner benötigten Videos, also den Medien und das mache ich hier oben über Medien und dann klicke ich auf diesen Ordner. So, nun wähle ich jetzt hier alle diese Videos, die ich bereits vorher ausgewählt habe, hier aus und werde über Öffnen hier diese Video in Filmora reinladen. Jetzt bekomme ich die Meldung, ob ich eine Proxy Datei erstellen möchte, da dies jetzt ein recht umfangreiches Projekt werden wird. Ich denke, ich mache das Sinn, Proxy Dateien erstellen zu lassen und deswegen klicke ich jetzt hier auf Ja und jetzt siehst du zum Beispiel hier, dass so ein kleines Symbol erscheint und das heißt, dass ich hier mit Proxy Dateien arbeite. Übrigens, zur Info, wer das noch nicht weiß, wer zum Beispiel noch nicht meine vorherigen Tutorials hier angesehen hat, eine Proxy Datei ist im Prinzip eine kleine Vorschau-Datei deiner Original Datei in einer geringeren Auflösung. Das hat den Vorteil, dass Filmora dann, wenn jetzt hier ein größeres Projekt ist oder die Auflösung dementsprechend groß ist, dass das an Zurücklern führen könnte und hier mit den kleinen Proxy Dateien das von der Bearbeitung her besser und flüssiger läuft. Allerdings, keine Angst, wenn du das im Nachhinein bzw. am Schluss dann exportierst, dann nimmt wieder Filmora die Original Datei her, also in der vollen Auflösung und du bekommst dann dein Video auch dementsprechend in einer guten Qualität. Gut, soviel zu den Proxy Dateien. Ich habe jetzt hier alles reingeladen. Wie du siehst, habe ich hier einige Drohnenaufnahmen und aus diesen Drohnenaufnahmen möchte ich jetzt ein episches, kurzes Video erstellen, das ich dann nachher meinen Freunden oder meiner Familie odeln kann. Okay, bevor ich jetzt anfange, hier diese Videos runter in die Timeline hinzuziehen, also normalerweise mache ich das so, ich ziehe das einfach hier unten hin und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte das in der vollen Auflösung hier haben. So, jetzt aber wie gesagt, ich möchte im Prinzip das jetzt so nicht starten, sondern ich möchte zuerst einmal eine passende Musik auswählen. Und zwar habe ich mir überlegt, die Musik, die sollte unter einer Minute bleiben, da ich das zum Beispiel auch auf Insta posten möchte, in so einem kurzen Reel und deswegen benötige ich hier ein kurzes Video von unterhalb einer Minute. Eine Musik, die finde ich hier oben zum Beispiel unter dem Punkt Audio und hier habe ich dann bereits mit Filmora, ja, einige Musiktitel hinzugefügt bekommen. Hier kann ich das Ganze auch noch in Unterteilungen hier unterteilen lassen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt ein Syneatisches haben, dann kann ich hier klicken und dann hier zum Beispiel auf diesen Play-Button klicken und bekomme dann, sofern das gleich herunterlädt, genau hier die Vorschau dieses Liedes dann, ja, dementsprechend angezeigt beziehungsweise kann mir das so anhören. Wie gesagt, das kann ich so mit allen Liedern machen. Was jetzt allerdings neu hinzugekommen ist, ist, wenn ich jetzt hier kein passendes Lied finde oder auch sonst kein passendes Lied habe, dann kann ich hier oben unter KI-Musik, wenn ich das hier anklicke, kann ich mir eine eigene individuelle Musik komponieren beziehungsweise mit der künstlichen Intelligenz erstellen lassen. Das mache ich so, ich gehe hier einfach auf Starten und dann bekomme ich hier ein neues Fenster angezeigt. Und hier kann ich jetzt sagen, okay, welche Stimmung möchte ich für dieses Video haben. Da ich, wie am Anfang schon bereits gesagt, hier eine epische Musik haben möchte, klicke ich hier einfach auf Episch und dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, wie lange hier meine Musikdauer sein soll. Das kann ich entweder hier eintippen oder kann das über diesen Regler machen. Ich sage jetzt mal, wie gesagt, ich möchte das unter einer Minute haben, sagen wir jetzt einfach mal 47 Sekunden und dann kann ich sagen, wie viele Varianten beziehungsweise wie viele Musikstücke ich hier von Filmora der künstlichen Intelligenz hier erstellen lassen möchte. Gut, das kann ich machen, indem ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich möchte drei verschiedene Arten dieses Musikstücks haben und dann klicke ich einfach hier unten auf Starten. Jetzt dauert das je nach Internetverbindung etwas länger oder etwas kürzer. Auch natürlich macht das etwas aus, wie lange hier die Musikdauer eingestellt ist und dann bekomme ich hier auf der rechten Seite gleich meine Ergebnisse hier angezeigt. Wie gesagt, das erste Stück, das ist jetzt schon da, das zweite und das dritte sollte auch gleich kommen. Das sieht man eh schon, das dauert jetzt nicht allzu lange, da das relativ kurz ist und wenn ich dann diese drei Stücke habe, dann kann ich einfach auch hier auf den Play-Button drücken und kann mir das dann anhören. Ja, und ich denke, ich entscheide mich jetzt hier für dieses zweite Stück. Sollte hier nichts dabei sein, dann kann ich das natürlich nochmals hier starten. Allerdings, wie gesagt, mir passt jetzt eigentlich das zweite relativ gut und deswegen werde ich das jetzt über diesen Download-Button hier mal runterladen. So, das ist jetzt schon erledigt und dann bekomme ich hier so ein Plus angezeigt. Über dieses Plus, wenn ich da drüber fahre, dann siehst du eh schon, da steht zum Beispiel dann zum Projekt hinzufügen. Das werde ich jetzt auch hier mal machen und dann habe ich hier die Musik direkt in der Timeline drinnen. Jetzt wechsle ich zurück zu den Medien und jetzt kann ich hier im Prinzip dann gleich nachher beginnen, meine Medien hier hinzuzufügen. Was ich bisher in der Vergangenheit immer gemacht habe, das ist, dass ich allerdings zuerst immer auf den Beat geschnitten habe. Ich zeige dir mal kurz, wie ich das gemacht habe. Ich spiele hier einfach dieses Lied ab. Ich hoffe, das ist von der Lautstärke daheim richtig eingestellt. Ich gehe vielleicht ein klein wenig nach oben. Ich hoffe, man kann mich dann trotzdem noch hören. So, und jetzt spiele ich das mal ab. Genau, und man hört da immer, das sind solche kleinen Veränderungen in der Musik, also solche kleinen Beats. Und das sieht man auch sehr gut anhand dieser, ja, dieser Ausschläge hier in der Timeline. Jetzt kann ich das so machen, ich kann hier immer manuell hingehen und kann zum Beispiel hier dann einen Schnitt setzen, damit ich weiß, wenn ich jetzt nachher ein Video zum Beispiel hier nehme, an welcher Stelle das nächste Video jetzt zum Beispiel erscheinen sollte, damit das nachher dann von der Musik her gut zusammenpasst. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich nehme jetzt hier mal kurz diesen Timeline-Regler hier weg. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich verkürze das und bekomme dann direkt da, wo ich die Musik geschnitten habe, da, wo sich auch der Beat ändert, da bekomme ich dann hier so eine Linie und dann weiß ich genau, okay, so lange sollte dieses Video sein und kann dann das nächste hier so hinzufügen. Wie gesagt, das würde ich im Prinzip jetzt so, in der Vergangenheit zumindest, immer direkt unten manuell machen. Allerdings, ich lösche hier mal alles weg und mache das jetzt mal kurz rückgängig. So, ich sollte allerdings das rückgängig machen, jetzt passt das. Allerdings gibt es jetzt eine neue Funktion und zwar, wenn ich jetzt hier unten reinklicke, dann mache ich einen Rechtsklick und dann gibt es jetzt hier intelligentes Bearbeitungstool und hier gibt es den Punkt Stillerkennen. Das wäre zum Beispiel, wenn du zum Beispiel ein Interview hast, wo du eine Person interviewt hast und die macht eine lange Gedenkpause, dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, immer da, wo nichts geredet wird, da soll mir das Filmora markieren und dann kann ich zum Beispiel nachher diese Stelle hinausschneiden. Auch eine gute Funktion möchte ich jetzt allerdings nicht machen. Ich möchte jetzt hier die Beat-Erkennung aktivieren und dann siehst du gleich, dann bekomme ich jetzt nachher hier unten, immer da, wo sich der Beat ändert, verschiedene Markierungen. Also, intelligentes Bearbeitungstool, Beat-Erkennung, dann dauert das einen kurzen Moment, ja, geht sogar ganz schnell und dann habe ich jetzt hier exakt da, wo sich immer der Beat ändert, verschiedene Markierungen und das hilft mir jetzt wirklich weiter, wenn ich jetzt beginne, hier einfach, ja, meine Videos reinzuladen. Ich zeige dir mal, wie ich das mache. Ich ziehe das jetzt mal hier unten rein. So, und dann gehe ich jetzt einfach mal zum Beispiel da, wo das Video beginnen soll, schaue ich mir das jetzt einfach mal an. Ich würde mal sagen, ja, ungefähr so an dieser Stelle. Dann kann ich das hier von vorne weg trimmen. Gehe jetzt ganz an den Anfang hin und jetzt kann ich das entweder an der Stelle oder an der Stelle zum Beispiel trimmen, damit das nicht zu lange ist. Ich versuche das jetzt einfach mal an der ersten Stelle. Das wird wahrscheinlich allerdings etwas zu kurz sein. Aber wie gesagt, ich schaue mir das mal an. Jetzt siehst du schon, jetzt bekomme ich auch hier, wie vorhin beim Schnitt gezeigt, so eine Linie angezeigt. Und jetzt fahre ich da mal hin und schaue mir das mal an. Ja, könnte ich sogar wahrscheinlich noch länger machen. Deswegen mache ich das jetzt bis zur zweiten Markierung hin. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das verkürze oder nicht. Wie gesagt, das kannst du daheim ja wirklich selber machen. Entweder mit einem schnelleren oder einem langsamen Ablauf. Dann nimmst du halt ein, zwei oder drei oder sogar noch mehrere solcher Markierungen für dich. Wichtig ist nur zu wissen, dass dir das wirklich extrem hilft, beim Schnitt auf die Musik. Also ich nehme jetzt hier das nächste Video hin. Also einfach eines von diesen hier. Welches ist dir auch egal. Es geht dir rein nur ums Prinzip, dass du weißt, wie ich das so mache. Dann nehme ich hier wieder den Anfang. Beziehungsweise ich schaue einfach mal, wo ich hier den Anfang haben möchte. Also ich gehe ungefähr an diese Stelle, nehme jetzt hier den Anfang und drehe mir den jetzt einfach mal bis zur Timeline hin. Und dann schiebe ich den einfach direkt ans Ende des letzten Clips. Und jetzt kann ich das von der rechten Stelle aus einfach entweder eins, zwei oder sogar, wenn ich möchte, drei solcher Spuren haben. Schauen wir uns das mal mit drei solcher Markierungen an. Und dann schauen wir mal, wie das insgesamt aussieht. Ja, ich glaube, ich werde das sogar wirklich verkürzen, dass das etwas schneller geht. Einmal hier, einmal hier. Und dann werde ich das auf, ja, zwei solche Stellen verkürzen. Und dann sollte das schon um einiges besser klappen. Genau. Und jetzt fahre ich so weiter mit all den weiteren Videos. Wie gesagt, ich habe dir jetzt ja gezeigt, wie das geht. Jetzt weißt du, wie das funktioniert. Noch einmal zeige ich dir das ganz kurz. Also ich fahre hier immer an die Stelle, an der ich das Video beginnen lassen möchte. Ungefähr zum Beispiel an dieser Stelle. Nehme hier den Anfang weg. Schiebe das an den nächsten Clip hin. Und markiere mir dann, beziehungsweise gehe dann bis zu einer dieser Markierungen. Und schon habe ich dann die Videos so wirklich passend zur Musik angereiht. Also, ich mache das jetzt mal mit all diesen restlichen Clips. Und dann würde ich mal sagen, melde mich in Kürze bei dir. Und dann geht es mit diesem Video weiter. Okay, wie du sehen kannst, habe ich jetzt hier unten alles angepasst. Also, ich habe hier wirklich alles exakt immer auf diese Markierungen hier. Einmal kürzer und manchmal auch etwas länger hier. Ja, dementsprechend eingestellt. Ich zeige dir mal ganz kurz, was ich noch gemacht habe. Denn zum Beispiel hier bei diesem Drohnenflug, da ging mir etwas zu langsam. Ich werde das Ganze hier etwas größer machen, damit du das besser siehst. Hier steht zum Beispiel schnell. Hier habe ich nämlich die Geschwindigkeit des Drohnenflugs, da mir die Drohne hier zu langsam geflogen ist, etwas beschleunigt. Das habe ich übrigens ganz einfach gemacht. Ich habe das hier angeklickt und dann auf dieses Symbol hier geklickt. Und dann bin ich hier einfach auf schnell gegangen. Und zum Beispiel hier in diesem Falle auf zweifache Geschwindigkeit. Das ist das eine. Was du noch machen kannst mit der Geschwindigkeit, noch als kurzer Tipp. Das wäre ein sogenanntes Speed Ramping. Ich habe hier extra diesen langen Clip, da ich hier das über diese ganzen Stellen hier drüber haben möchte. Allerdings nicht so langsam. Ich zeige dir das mal hier. Ja, das wäre mir etwas zu langsam, beziehungsweise zu langweilig. Und deswegen möchte ich hier ein Speed Ramping einbauen. Und das mache ich folgendermaßen. Ich zeige dir auch gleich, was es damit auf sich hat. Und zwar habe ich hier am Anfang, im Prinzip, so stelle ich mir das vor und so möchte ich das nachher haben, hier eine etwas langsamere Bewegung der Kamera, beziehungsweise der Drohne. Und dann eine Art Zeitraffer, beziehungsweise dass sich das recht schnell bewegt. Und dann wieder eine Verlangsamung, je nachdem, wie hier die Musik, beziehungsweise wie das zur Musik dazu passt. Und das mache ich über Speed Ramping. Das mache ich folgendermaßen. Ich klicke hier diesen Clip an und gehe dann hier oben auf Geschwindigkeit. Normalerweise, wie gesagt, steht hier eigentlich Video. Hier klickst du auf Geschwindigkeit und dann gibt es hier den Punkt Speed Ramping. Hier gibt es dann verschiedene Vorlagen, die man eigentlich so auswählen kann. Ich mache das aber am liebsten eigentlich hier über Anpassen. Und dann siehst du, dann habe ich hier so eine Linie. Da steht daneben, man kann das wahrscheinlich nicht gut hier im Video erkennen. Allerdings, wahrscheinlich wirst du das zu Hause dann, wenn du selber hier bearbeitest, das besser erkennen können. Hier habe ich einmal, 5 mal, 10 mal oder 0,5 oder 0,1. Das heißt, alles, was auf dieser 1er Linie ist, das ist mit der normalen Geschwindigkeit. 5x würde im Prinzip die fünffache Geschwindigkeit darstellen und 10x, das bedeutet so viel, dass wir es dir schon denken können, wie die zehnfache Geschwindigkeit. Ich kann das aber natürlich auch verlangsamen, indem ich jetzt zum Beispiel auf 0,5, also die halbe Geschwindigkeit, oder 0,1, eine Zehntel von der Geschwindigkeit gehe. Allerdings würde ich dir empfehlen, wenn du es etwas langsamer machst, dass du hier nicht das zu langsam machst, dann sieht das etwas rucklig aus. Je nachdem, mit was du das hier gefilmt hast. Wie gesagt, ich möchte das jetzt hier am Anfang eigentlich mit der normalen Geschwindigkeit haben und dann, dass es schneller wird. Jetzt mache ich das folgendermaßen. Ich schaue mir das einfach mal an. Und hier zum Beispiel ab dem Punkt, da möchte ich, dass das dann nachher schneller rüber wandert. Und deswegen mache ich jetzt folgendes. Ich habe hier solche Punkte. Die kann ich anfassen und dann ziehe ich mir den Punkt einfach mal ungefähr an die Stelle, kurz bevor ich hier ja diese Erhöhung der Geschwindigkeit haben möchte. Dann nehme ich den weiteren Punkt und ziehe den jetzt Vollgas nach oben. Sagen wir mal, probieren wir das mal mit zehnfacher Geschwindigkeit aus. Ungefähr so. Und da muss ich relativ steil von dieser Linie her sein, damit das sich recht schnell beschleunigt. Wenn ich das jetzt weiter rüber ziehe, dann wird die Beschleunigung etwas subtiler, beziehungsweise nicht subtiler, etwas gleichmäßiger. Wenn ich das weiter nach links, also steiler ziehe, dann siehst du, dann wird sich das jetzt gleich drastisch erhöhen. Also schauen wir uns das mal an. Genau. Und jetzt möchte ich wahrscheinlich ab diesem oder diesem Punkt, dass ich das wieder verlangsame. Ich muss hier allerdings noch mal kurz schauen. So. Ja, ab dem Punkt, da werde ich das wieder verlangsamen. Das heißt, auch hier nehme ich mir jetzt hier so einen Punkt her und ziehe mir den an die passende Stelle. Wenn ich hier übrigens nach links oder rechts fahre, dann siehst du auch, dass sich hier die Timeline, also hier diese Linie, auch nach links oder rechts bewegt. Und hier gehe ich einfach so weit, dass sich hier die Linie bis kurz vor diesem Punkt hier, vor dieser Markierung, die wir vorhin gesetzt haben, hier hin bewegt. So. Wichtig ist, dass ich auch hier ungefähr die 10-fache Geschwindigkeit einhalte, denn sonst kann man das mitunter sehen. Also ich gehe ungefähr bis hier an diese Stelle. Das kann ich immer wieder nachjustieren, wenn ich das möchte. Dann gehe ich jetzt etwas weiter nach vor und setze mir jetzt einen neuen Punkt. Das mache ich über dieses Plus-Symbol. So, jetzt habe ich hier einen neuen Punkt und dann gehe ich hier einfach wieder runter, so wie das am Anfang war, auf die einfache Geschwindigkeit. Das kann auch 1,1 sein, das ist nicht so genau. Und dann sollte ich jetzt hier im Prinzip so eine Bewegung haben, wie ich das vorhin gewollt hatte. Also schauen wir uns mal an, ob das so geklappt hat. Und jetzt könnte ich hier sogar nochmal sagen, okay, ab dem Punkt, da setze ich mir jetzt nochmal einen Punkt, gehe dann etwas weiter nach vor hier mit dieser Linie, setze mir einen weiteren Punkt und hier möchte ich nochmals ganz kurz, dass sich das erhöht. Allerdings, ich würde sagen, nicht auf die 10-fache. Ich probiere es jetzt mal auf der knapp 7-fachen Geschwindigkeit aus. So, und dann schaue ich mal ganz kurz. Übrigens, das Ruckeln, das liegt daran, dass hier Filmora noch am Rendern ist. Du kannst, wenn du jetzt möchtest, dass hier das fertig gerendert wird, hier einfach zum Beispiel auf dieses Symbol klicken und dann rendert hier Filmora das Ganze vor. Und dann ruckelt das bei deiner Vorschau nicht. Und ja, so kannst du dann flüssig arbeiten. Allerdings, sobald du hier wieder etwas veränderst, muss natürlich hier Filmora nochmals nachrendern und deswegen müsstest du das nochmals anklicken. Oder, falls du das in den Einstellungen schon eingestellt hast, einfach ein paar Sekunden warten, bis hier Filmora automatisch dieses Ergebnis hier rendert. So, das ist jetzt gleich fertig. Jetzt zeige ich dir nochmals, dass das jetzt ohne Ruckel funktioniert. Ja, und das war eigentlich jetzt gar keine so gute Idee, denn hier am Schluss, da ist das Video, ich würde mal sagen, nicht optimal, da ich hier so einen Schlenker drin habe. Deswegen lösche ich jetzt das hier einfach so weg und dann lassen wir das einfach so, wie das ist. Beziehungsweise, ich probiere das jetzt einfach mal hier mit einer vielleicht etwas schnelleren Geschwindigkeit. Schauen wir mal, wie das so aussieht. Ja, da könnte ich jetzt einfach nachher, wenn mir das jetzt so nicht gefällt, ich glaube, ich mache das wirklich komplett rückgängig. Ansonsten könnte ich hier auch mit einer Überblendung arbeiten. Schauen wir mal. Oder ich kann das natürlich auch so machen, dass ich hier die Geschwindigkeit nicht ganz so hoch drehe, sondern einfach etwas nach unten. Und dann sollte das eigentlich sogar noch besser funktionieren. Wie gesagt, hier muss auch ich natürlich etwas rum experimentieren. Ich schaue mir das jetzt nochmals hier an. Ja, und ich glaube, so sollte das passen. Zur Sicherheit rendere ich das nochmals kurz vor, damit ich das auch wirklich sehe, wie das dann im fertigen Video aussieht. Also wie gesagt, hier einfach nochmals draufklicken, dann rendert das. Und jetzt schaue ich mir das nochmals an. Ja, und so könnte ich das im Prinzip jetzt lassen. Jetzt verkürze ich das natürlich hier auf diese Stelle und ziehe das jetzt einfach hier unten rein, wenn ich das möchte, damit das hier besser aussieht. So, und dann schaue ich mir doch den Schluss an. Und hier am Schluss, da möchte ich, dass das mit der Musik dann hier so ausfädet, also ja, dunkel wird. Und deswegen klicke ich jetzt einfach mal hier an der Stelle, wo die Musik leiser wird. Und hier gehe ich jetzt auf Video und möchte jetzt hier, dass das, wie gesagt, dunkler wird. Deswegen werde ich mir hier das Ganze einfach mit einem Keyframe mal markieren bei der Deckkraft. Also hier den Punkt aktivieren und dann ganz ans Ende des Videos gehen, ungefähr hier, das wäre das Ende. Und dann von der Deckkraft ganz zurückdrehen. Und wenn ich das jetzt ansehe, dann sollte das hier jetzt exakt so, wie ich das wollte, dunkler werden. Und somit hätte ich jetzt das Video soweit fertig. Ein kleiner kurzer Tipp noch am Schluss. Und zwar, ja, wie du siehst, ist das hier von den Farben noch nicht wirklich schön. Und deswegen musst du das jetzt natürlich noch colorgraden, also von den Farben her anpassen. Ich mache das über eine Anpassungsebene. Die findest du hier unter Medien, Anpassungsebene. Und die nehme ich dann und ziehe jetzt einfach mal hier oben hin und verlängere die komplett über den kompletten Clip. Das hat nämlich den Vorteil, wenn ich das jetzt mache, dann gehe ich jetzt einfach mal irgendwo hin. Ich würde mal sagen, ja, die Stelle passt eigentlich eh schon recht gut. Und dann gehe ich hier auf Ebene, Farbe und kann jetzt hier die Farben anpassen. Aber aufgepasst, hierbei um diese Anpassungsebene, wie der Name schon sagt, handelt. Das ist sicher mal eine Anpassungsebene, die hier auf alles darunterliegende wirkt. Deswegen würde ich dir empfehlen, hier nicht gleich mit der Helligkeit das Ganze anzupassen, sondern wie du hier siehst, sehen hier die Farben, ja, beziehungsweise der Kontrast etwas flau aus. Deswegen werde ich jetzt hier einfach nur den Kontrast erhöhen, denn das sollte eigentlich bei allen Bildern recht gut passen. Also hier kann ich ruhig mal drastisch nach oben gehen und dann gehe ich, damit die Farben noch besser rauskommen, hier von der Lebendigkeit noch ein Stück weiter nach oben. Das ist natürlich Geschmackssache, wie hoch du das machst und auch von der Sättigung, damit hier die Farben etwas besser rauskommen. Wie gesagt, von der Helligkeit bitte hier nichts anpassen, denn das solltest du dann direkt auf der Ebene, beziehungsweise auf dem Video direkt selbst machen. Denn, ich zeige dir mal im Vorher-Nachher-Vergleich, wie das jetzt aussieht, wie gesagt, hier habe ich dann rein nur eine Erhöhung des Kontrastes und auch der Farben, was wirklich auf allen einzelnen Clips hier passt. Ich zeige dir das mal im Vorher-Nachher-Vergleich. So sieht das jetzt und so sah das vorher aus. Also das passt recht gut und egal, wo ich jetzt hinklicke, da passt das eigentlich immer recht gut. Ja, da könnte man sogar noch vielleicht von der Sättigung runtergehen. Deswegen hier aufpassen, das nicht zu sehr übertreiben, aber das kann man ja immer noch im Nachhinein dann anpassen. Und wenn du jetzt auch noch einen Look haben möchtest, dann kannst du hier noch hingehen und kannst zum Beispiel sagen, okay, du möchtest in den Schatten vielleicht etwas mehr so orange dazu mischen, damit das etwas sommerlicher wirkt. Und du kannst auch sagen, okay, die Tiefen, die möchtest du etwas abdunkeln. Aber wie gesagt, das würde ich jetzt eher nicht hier mit der Abdunklung direkt in der Anpassungsebene machen, sondern wenn du das jetzt so hast, dann würde ich jetzt jeden einzelnen Clip mal durchschauen. So wichtig auch, dass die Anpassungsebene hier ganz über alles drüber liegt, denn ansonsten sieht man das. Und hier sehe ich schon, hier in den Schatten, da ist das etwas zu viel geworden. Dann nehme ich das nochmals raus. Und jetzt würde ich dir empfehlen, ich zoome mal hier hin, wenn du dann deinen Look so hast, dass du jetzt jedes einzelne Element, also jedes Video hier anklickst, dann auf Farbe gehst und hier jetzt nur noch die Helligkeit und die ganzen Punkte, die du jetzt rein nur für das einzelne Video hier haben möchtest, beziehungsweise verändern möchtest, hier separat veränderst. Hier seit Filmora 13 gibt es noch ein Zusatzfeature und zwar hier oben rechts, da kannst du dir auch das Histogramm anblenden und dann siehst du, ob der Clip zum Beispiel zu dunkel oder zu hell ist. Kurze Erklärung, hier bei 0, also auf der Seite, da ist alles, was dunkel ist, hier ist alles, was hell ist und hier solltest du im Prinzip schauen, dass du hier keine Ausreißer hast, die jetzt entweder, wie man hier schon sehen kann, eher zu tendenziell nach links rüber wandert. Da würde ich sagen, da mache ich die Belichtung etwas heller, dann siehst du auch schon, dass das vom Bild her schon viel besser aussieht. Und so würde ich dann wirklich jedes einzelne Video durchgehen, einfach hier mal klicken, wichtig auch von der Timeline hier nachgehen. Hier siehst du zum Beispiel, dass ich etwas zu hell bin, hier würde ich dann von der Belichtung etwas nach unten gehen und so mache ich das mit jedem einzelnen Clip, bis ich dann hier wirklich komplett durch bin und habe dann mein Video im Prinzip fertig. Ja, alles, was ich dann noch machen muss, ist hier auf Exportieren zu klicken, und dann kann ich sagen, wohin ich das hier exportieren möchte, was für einen Namen ich dem Ganzen gebe. Und hier würde ich dir auch empfehlen, immer auf Beste zu klicken, was hier die Qualität betrifft. Und wenn du das dann richtig alles eingestellt hast, bitte auch die Auflösung hier auf das dementsprechende Format, also hier zum Beispiel diese Auflösung hier stellen und dann mit Exportieren auf deine Festplatte zu exportieren. Und das war es dann eigentlich auch schon von diesem Tutorial. Und das war es dann auch schon von diesem Tutorial. Ja, ich hoffe, du konntest wieder etwas dazulernen und dieses Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann gib diesem Video doch bitte ein Like, abonniere diesen Kanal und aktiviere am besten gleich noch die Glocke, um keines der kommenden Videos zu verpassen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder hier bei mir vorbeischaust. Ich freue mich, wenn du das eine Brille betrifft hast, Also, ich bin mir jetzt auch schon von der Übersetzung und